So, oh, ja genau, so hallo und herzlich willkommen zurück bei, let's play Galacticraft, genau, wir waren, ich wollte diese Brücke hier drüber bauen, so, das werden wir jetzt nochmal ganz schnell tun und wir wollten das Gehege bauen, ne, ja, top schon, das Gehege für die Schafe, hm. So, ich glaube, das machen wir hier hin und, dass wir dafür Platz haben, werde ich jetzt mal diesen Baum hier fällen müssen. So, dann bauen wir das jetzt mal. So, dann bauen wir das jetzt mal. So, dann bauen wir das jetzt mal. So, dann bauen wir das jetzt mal auf zu beraten. Dann haben wir dafür kein Dings mehr. So, dann müssen wir jetzt, das machen wir am besten alles so. So, dann... So, dann machen wir das hier. So, dann machen wir das jetzt mal. So, dann werden wir jetzt mal noch... Wie lange dauert das denn? Haben wir noch Knochen? Wir haben, glaube ich, noch gar keine Knochen. Scheiße. Das geht ja auch alles schief in dieser Folge. Mal gucken, wie der für unsere erste Maschine geht. Vielleicht brauchen wir dafür... Wir brauchen auch noch ein Aluminiumkabel. Ah, blöd. Jetzt haben wir keine... Zudem brauchen wir noch eine Schere. Ich brauche noch eine Schere. Ach. Skype abmelden. Skype behenden. Kein Wunder, dass... Kein Wunder, dass wir so wenig FPS haben. So, Sichtweite winzig. Vielleicht muss ich hier die... Eine Schere. Skype beenden. Eine Schere. Eine Schere. So. Das ist einfach... Das ist zum Sterben. Woher sollten wir auch Knochen haben? Wir haben noch gar keine Munzer rumgebracht. Hier ist schon mal ein Scharf. Das können wir schon mal scheren. Das werden wir gleich auch locken. So. Hoffentlich ist es gleich mal fertig. Boah. Das dauert so ewig lange. Wir können in der Zeit nichts tun. Nichts. Ja, wir könnten schon mal das Dach machen. Dann machen wir halt schon mal das Dach. Könnten wir mal die Sachen schon mal machen. Redstone-Fackel. Redstone-Fackel. Hebel. Zwei Knöpfe. Zum Glück habe ich die gerade nicht zu Stein gemacht. Zwei Knöpfe und ein Ofen. Daraus machen wir jetzt einen Fackel. Wir finden den vierter Stock. Daraus machen wir jetzt einen Hebel. Daraus machen wir jetzt zwei Knöpfe und tun das alles schon hier rein. Drei Wolle haben wir schon. Das ist sehr positiv. Ach, ich geh jetzt einfach nur mal scheren. Das ist mir zu dumm. Aber wisst ihr was? Hätten wir schon vorher machen sollen. Wisst ihr was ist mir jetzt? Scheißegal. Ich bin so genervt. Beizen. So, das ist doch das letzte, was ich mir cheate. Also das erste und letzte. So. Das dauert nämlich zehn Jahre. Komm mit. Komm zum Gero. Nicht schüchtern sein. Hm. Hm. Okay. Das ist mir jetzt scheißegal. So was kackiges. Dann wollte ich es wenigstens nochmal herholen und dann... Schaffen ist scharf. Oh. Alter. Wie geladen ich gerade bin. Scheren wir die jetzt. So. Dann haben wir jetzt eine Wolle sogar übrig. Mich das ankotzt. So. Aluminium. Sechs Aluminiumkabel. Bauen wir jetzt erst den... Ja, bauen wir jetzt erstmal den. So. So. Zack. Ne, warte. So. So. Ofen. Zwei Knöpfe. Redstone torch und zwei Aluminiumkabel. Und schon haben wir den Schaltkreis fabricator. So. So. Und dann jetzt den Kohlegenerator. Okay. hier wieder einen Ofen. Hier wieder einen Ofen. Ja, wir brauchen gar kein Aluminium für. Wir brauchen Kupfer für. Zwei. Zwei, drei. Zwei, drei, vier. Ah, wusste ich doch. Ein Aluminiumkabel. So. Kabel. Kabel. Ofen. Kupfer. Eisen. Kohlegenerator. Jetzt haben wir noch drei Kabel übrig. Das wird uns sehr viel helfen. Wirklich. Dann bauen wir jetzt unseren Schacht. So. So. Kabel. Das muss mich zwei bereit sein, weil die Kabel auch noch so lang sind. So. Ding kleiden wir mit Kobbel aus. Hab ich schon immer mit Kobbel ausgekleidet. So. So ein Maschinenraum. Hab ich schon immer mit Kobbel gemacht. nie mit steinziegeln maschinenraum mir ist ja egal kommt hier der zb der kohle generator nein warte dafür müssen wir erst mal pressen nein die brauchte kein strom der kompressor ist das kompressor den kompressor den kompressor den basis wir brauchen doch einmal strom das ist so was von ärgerlich 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 müssen was brauchen wir noch noch so das ist der muss einmal mindestens laufen so so was soll ich es denn machen kostet ja mehr als 3 aluminium kabel wo soll das denn bitte gehen doch es klappt was brauchen wir dafür okay mit zwei silikonen einen diamanten einen diamanten so wir müssen auf jeden fall noch noch mal für eine tour gehen das klappt sonst nicht anders ich will das so schnell wie möglich es vorbei ist hoffentlich verschluckt er nicht so viel kohle hat schon zwei drei Drei solcher Basisteile. Und die brauchen wir hier, um den zu craften. Dafür brauchen wir noch Erze. Erze, Erze, Erze. Zack. Was ist das? Zinn. Aluminium. Eisen, ad. Okay. Kompressor. Der läuft ohne Strom. Das ist das Perfekte an dem. Aber der verbraucht Kohle. Das ganze andere Zeug. Wir können ja auch Holz nehmen. Zum Beispiel unsere Werkbank verbrennen. Können wir den Zaun noch verbrennen? Glaubt nein. Die verbrennen wir nicht, weil wir für die Reise brauchen. Jetzt können, wir müssen unser Holz nehmen. Dann müssen wir jetzt was tun? Wir müssen Zinn und Bronze drücken. Zinn und Kupfer brauchen wir müssen wir drücken. So. Ach ey, was macht denn hier, ähm... Schrauben. Den brauchen wir. Zum gedrückte Bronze. Jetzt müssen wir jetzt erstmal Kupfer. Zwei Kupfer, zwei Zinn. So, das dauert einen kleinen Moment. So. Danach müssen wir sofort Zinnen. Zinn und Kupfer, zwei Zinn. WWW. Zinn. 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 Zinn.